So Melli was ist dein Job jetzt? Mein Job ist die alte jetzt heute schritten mit Sekt. Und das ist so schweinekalt und es ist wirklich kalt. Ich freue mich jetzt. Lass mal füllen. Ui, ja das ist ja nicht schön. Viele hintereinander. Guck mal wie sie da sitzt. Alte Bitch. So wie du da sitzt. Ja genau so. Aber der Rücken muss drüber. Extrem Rücken gerade drauf. So. Ich hasse euch dafür, sag ich euch jetzt schon mal. Das ist arschkalt. Willst du singen dazu oder nicht? Ich seh die Alex. Nimm mal die Koks. Dazu brauche ich meine Haare auch nicht mehr machen. Schön, dass dir alles egal ist. Wer gibt Kommando? Achtung Kamera läuft. Hey, hey Basti. Der ist da gefeiert. Kann das sein? Nee, er war krank und deswegen die Stimme nicht. Aber wirklich. Ich schwöre. Kamera läuft. Eins, zwei. Polizei. Das sieht schon aus wie ne miesen Porno. Darf ich den Rest aufkippen? Den Mund auffordern. Ich hasse euch. Darf ich den Rest? Komm. Ja. Los. Nein. Mach deinen Mund ab. Nein, ich will da unten auch. Ja. Kannst du aber wieder ausspüchen. Die Szene, die ist echt übel. Die ist echt übel. Das sieht doch verdammt scheiße aus. Ja. Ja. Jetzt weißt du ne, wie es läuft. Ich glaube, du gibst das besser ins Wasser. Du stinkst schön. Damit ist der Videodreh dann für heute auch beendet. Wolltest du nicht ins Wasser? Das war's. Das war's für heute. Drehschuss. Ich dachte, am Ende wird geheiratet. Ja. Deshalb wird am Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Hat glaube ich kurz noch Holzbimale. Darfst du nicht reinspringen? Nee. Bis zum nächsten Mal.